Herzlich Willkommen bei der Wurstbara 3 Silzer. Mein Name ist Johann Mayer. Mein Name ist Heidi Silzer-Mayer. Meine Mutter gründete 1961 die Firma Silzer und brachte ungefähr zwei Jahre später die Currywurst von Berlin mit nach Heilbronn. Da die Currywurst in Berlin nur mit Flüssigem Ketchup gemacht wurde, dachte meine Mutter, im Schwabenländchen kann man das nicht tun. Also kreierte sie die Soße dazu, weil die Schwaben tunten sehr gerne und somit kam dann diese Currywurst zustande mit der Soße. Uns kennt eigentlich jeder in Heilbronn und Umgebung. Wir haben Exil-Heilbronner, die immer wieder nach Heilbronn zurückkommen und die sagen dann der erste Gang in Heilbronn ist eigentlich zum Silzer eine Currywurst essen. Unsere Würste kommen aus der Region Hohenlohe, werden von der Berlin-Erzeuggemeinschaft und der Firma Setzer hergestellt. Es ist ein altes Rezept, das schon seit 50 Jahren da ist. Das ganz wichtige ist ein hoher Rinsanteil. Unsere gute Wurst gibt es nicht nur bei uns im Laden, sondern seit vielen Jahren auch auf den Heilbronner Fessen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.